Wir gehen rein. Diese guten Memes. Ihre Seele hat kurz Körper verlassen. Nein, sag mir jetzt nicht, da kommt der Timo-Moment. Wolle, er sitzt einfach da rum, wolle, er betet, er hat gerade ganz Zorat al-Bakara gelesen. Junge, haut doch ab, was machst du da auf dem Boden, Cousin? Ah, boah, wolle, wolle, hat halbe Koran gelesen, Bruder. Alle, alle, okay, scheiße, Digga. Das war einfach nicht sein Abend. Wolle, warum ist das 1 zu 1 ich, Digga? Warum ist das 1, ich lach nicht, aber ich schwöre auf alles, gell. Wenn Fans mit mir Fotos machen und die sind größer als ich. Wolle, ich sag immer zu denen, filmt meine nicht und ich mach immer so. Voll rutschig, gell. Oh mein Gott, nein, Digga. Wolle, was hat er mit seiner Freundin gemacht, Bruder? Abo, Digga. Ach du Scheiße, ja. Guck mal, wie du aufsiehst. Wir haben heute Geburtstag. Okay. Und guck mal. Ich schlitz. Guck mal, diese schöne Auto. Guck mal, diese schöne Tüten. Lui, mein Lui. Guck mal, diese schöne. Guck mal, diese schöne. Und wir alle Libanesen, wir leben von Jobcenter. Ich wohn einfach Nordpol oder so. Oh mein Gott, Digga, nein. Warte, ich habe nur gelacht wegen dem Sound, wie sein Kopf auf Boden geklatscht ist, Digga. Ich schwöre auf alles. Nur wegen diesem Sound habe ich gelacht. Ich wohne einfach Nordpol oder so. Bruder, ich habe mich böse gemault. Aus welchem Kontinent kommt ihr? Kontinent, meint er, wegen Frankfurt und so? Oh mein Gott, Bruder. Nein, Digga. Das kann nur aus Frankfurt kommen, Bruder. Das kann nur aus Frankfurt kommen, Digga. Aus welchem Kontinent kommt ihr? Kontinent, meint er, wegen Frankfurt und so? Hart, ja. Aus welchem Kontinent kommst du? Kontinent kommst du? Ich bin irgendwo aus Deutschland. Irgendwo aus NRW. Aber ich sage dir nicht meine Postleitzahl. Oh mein Gott, Bruder, hör auf, ihr Waller Hart, Digga. Stellt euch vor, ihr seid indischer Taxifahrer und werdet dann so von zwei Ausländern genervt. Oh mein Gott, Bruder, hör auf, ihr Waller. Oh mein Gott, Bruder, hör auf, ihr Waller. Aber Waller, was hat der Junge da gemacht? Waller, der war einfach ein Schaukel. Habt ihr gesehen? Wo du störst? Sag echt, du? Waller, er hat recht. Bleib kischt, Habibi. Nein, nein, hör nicht auf ihn. Waller, kommentiert dich, muss ich nicht kommentieren, was ich gemacht habe. Sag leile, in Allah. Ja. O Fall ist das alte Schaukel. Das ist ein Schaukel. 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 Also Leute, ich muss euch meine WG vorstellen, hier haben wir einen Müllreiner, einen Kühlfrank, dann haben wir hier Mirko Welle, Wasserjochen, Küchenrohlands, Pfannenwändler, Schneisbrettiner, Herdbeer. Oder wer lacht über sowas, ja? Boah, nicht lachen, nicht witzig. Das ist Alex. Alex durfte in der vierten Klasse schon rauchen, weil er schon 18 war. Oh mein Gott, scheiße, okay. 12 Subs, Digga, ich bin behindert. Das ist jetzt unser Abwasser. Ja. Den Helm, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Den tauschen wir jetzt ein hier. Ja, okay. Gibt es meine Frisur noch? Ja, ganz klasse. Das würde ich jetzt auch gern zu dir sagen. Wisst ihr, wie ich hier zur Apotheke komme vielleicht? Zur Apotheke? Zur Apotheke? Also ihr müsst einfach nur geiler aus. Ihr geht den Weg quasi einfach nur geiler aus. Ungefähr 250 Meter und dann liegt es für die Apotheke. Dann geht es weiter. Das Ding ist, ich darf das Wort Drogen eigentlich nicht so oft sagen, weil wenn ich das hier jetzt auf YouTube nachher hochladen möchte, dann wird das ja ganz schnell entmonetarisiert, wenn ich Drogen sage. Ich muss was anderes sagen, ich muss, weiß ich nicht, ich, rückwärts, nee, go, oh. Jungs, ich schreib gerade mit so einem süßen Mädchen. Zeig die Olle, mein Bruder. Krass, Bruder. Das ist meine Schwester, du Gottverdammter. Oh mein Gott, Digga, hör auf, ja. Hey, Jungs, Jungs, werdet nicht helfen, Jan? Ich war für eine Stunde weg, für eine Stunde. Ich habe geparkt, irgendwo und nirgendwo. Hier ist nichts, überhaupt nichts. Und ich finde diesen Zettler in meinem Auto. Sorry für den Kratzer, ich kann mir die Reparatur nicht leisten. Ich hoffe, das ist okay. PS, tropst du noch einen schönen Tag. Der Ender, wow, wow. Sorry für den Kratzer, sieht das für dich aus wie ein Kratzer, Digga. Das ist kein Kratzer, Digga, das ist ein total Schaden. Junge, schau dir das ab. Digga, was? Ich habe durchgehalten. Durchgehalten. Vielen Dank.